Die Inflation in Großbritannien bleibt hoch. Im Januar legten die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3% zu. Sie bleiben damit auf demselben Niveau wie im Dezember, das höchste seit März 2012. Marktexperten macht das Sorge. Die Inflation ist ein großes Problem, denn die Löhne steigen nicht. Wir bräuchten die gleiche Widerstandsfähigkeit beim Lohnwachstum, wie sie derzeit in den USA zu sehen ist. Das ist aber nicht der Fall. Wir brauchen eine Lohnentwicklung in die richtige Richtung. Seit November gingen die Löhne zwar leicht nach oben, mit den steigenden Preisen können sie aber nicht mithalten. Und angesichts des Brexits und des schwächelnden Pfunds drohen Experten davor, den Zustand der britischen Wirtschaft zu überschätzen. Viele Politiker sagen, Großbritannien sei bereit für eine weitere Zinserhöhung. Aber die britische Wirtschaft ist dafür keinesfalls bereit. Die Bank of England sieht das anders. Bereits im November hatte sie den Leitzins erhöht, zum ersten Mal seit zehn Jahren. Schon bald soll der nächste Zinsschritt folgen. Das Argument, Großbritannien profitiere von der brummenden Weltkonjunktur.